An Landwirtschaft macht mir besonders Freude die Arbeit mit der Natur und auch der Umgang mit den Tieren. Ich bin Achim Sander, ich bin Landwirt in Bad Sassendorf. Wir bewirtschaften hier einen Betrieb mit Schweinemast und Ackerbau. Das Schwein hat durch das Stroh die Möglichkeit, sein natürliches Wühlverhalten auszuleben. Ich sehe, dass die Schweine sich wohlfühlen, dass sie gesund sind und sich gut entwickeln. Die Mitarbeiterin der Firma Rassing war heute bei uns auf dem Betrieb und wir haben uns die Kriterien für das Programm Bauernliebe angesehen. Das ist ein Programm, was der Erhaltungsform 3 entspricht. Das heißt, die Tiere haben 40 Prozent mehr Platz, Zugang zu Außenklima und wir realisieren eine gentechnikfreie Fütterung. Wir nehmen an dem Programm vielfältige Fruchtfolge des Landes NRW-Teil. Da bekommen wir eine Förderung für den Anbau von Leguminosen und das passt sehr gut zu dem Programm von Rassing. Wir betreiben außerdem eine Biogasanlage, wo wir den Mist aus der Tierhaltung verarbeiten. Damit schließt sich dann wieder der Nährstoffkreislauf und so sind wir sehr dicht dran an dem Thema Nachhaltigkeit.